Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss die ganze Zeit auf Audar warten, wir müssen ins Krankenhaus. Aber er schaut sich lieber so Videos an. Ja, ne? Sag mal, du musst aufstehen. Das hier guckt er zurück. Also, wir müssen ins Krankenhaus und warten auf ihn. So, wir sind jetzt dran geparkt und gehen ins Krankenhaus. Was brauchst du von? Achso. So, dann nehmen wir Lina. Annehmen. Ich hoffe, die können das hier machen, sonst müssen wir das vom Internet ausbestellen. Aber wir haben bis jetzt noch nichts gefunden. Na, Schatz? Was denn? Wir haben bis jetzt nichts im Internet gefunden, wo man die Bilder auf CD machen lassen kann. Eigentlich das machen nur Krankenhäuser. Aber wir versuchen jetzt unser Glück. Wie neu. Annali ist nicht hier, die denkt ihr, das haben wir mit dem Autopferd. Wir fahren zu Annali. Guck mal, Lina, hier ist ein Kinderarzt. So haben wir auch direkt deine Ohren stechen lassen. Oh Mann. Gleich, nächster Monat, ja? So, also, bis gleich. Hallo. Hallo ihr Lieben. Schön, euch wieder zu sehen. Sehen. Ja. Ja, wir waren gerade im Krankenhaus. Wir können leider nicht diese Bilder auf CD tun, weil die das nicht auf System haben. In System. In System, sorry. Ja. Das ist das, Schatz. Ja, ich habe gerade mit meiner Mama gesprochen. Die sollen das wieder... Also, ich muss die Bilder zurück nach Irak schicken, damit die auf CD tun können. Ja. Und bis dahin warten, warten, warten. Ich hasse es zu warm. Was wolltest du zeigern, Schatz? Die Sachen haben wir jetzt fertig. So, dann klaue ich euch mal. Wir waren ja gestern beim DR, aber die Sachen waren im Auto, die haben wir erst gerade hochgebracht. Ich kippe jetzt nicht um. So. Wir haben einmal Lina Kempas gekauft. Lina trinkt immer noch die Nummer 4. Das ist ja von 8 bis 16 Kilo. Mene, Mene. Dann Mene, Mene. Dann habe ich Geschirrreiniger geholt, also ganz normale Schwämme. Unsere waren leer. Dann für meine Schwiegermama. So Kapseln für irgendwelche Lenker. Einmal für sie und einmal für Papa. Das noch. Dann habe ich ganz normale Rasierer mitgenommen. Das kommt von Simply Venus Gillette. Und was noch? Dieses ätherische Orange. Und zuletzt Freustücher. Also die waren einschnurigen Lina da. Wie ihr gesehen habt, haben wir gerade gegessen. Jetzt haben wir uns mit Lina angezogen und gehen ein paar Sachen kaufen, weil morgen machen wir doch Kumpir. Also Ofen, Kartoffeln und dafür brauchen wir auch einige Sachen. So ihr Lieben, betrachtet das hinten nicht. Ich habe gerade Pfannkuchen gemacht, wie gesagt. Aber wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Habe ich das gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Pfannkuchen gegessen. Und ja, das hat sehr, sehr gut geschmeckt mit Nutella und Vanilla Eis. Wow, hast du es gefunden? So, wir waren bei Erika und Penny. Ich zeige mir einfach, was wir gekauft haben. Also ich habe ehrlich gesagt, wo wir morgen was gekauft haben, was wichtig ist. Einmal Sprite für Furkan, Cola für Hakan und Kirschbanane. Das gab es auch schon fertig, also Fieber. Deswegen habe ich das jetzt so mitgenommen. Dann habe ich viermal geraspelten Käse. Jetzt werdet ihr sagen, warum nutzt du keinen Gouda und raspelst das selber? Aber das Problem ist, meine Mutter isst halt keine Ofenkartoffeln und deswegen muss ich für sie Reis. Deswegen muss ich für sie Reis mit Aubergine machen, also diese gefüllten Aubergine-Tackfleisch. Ja, da habe ich halt nicht diesen Stress, weil die Ofen zuzubereiten dauert dir auch lange. Nein, sie ist auf ihre Knie gefallen. So, dann habe ich Sour Cream, habe ich so lange gesucht. Ich habe sie jetzt endlich gefunden. Ich liebe das mit Pommes oder... Okay, hat keinen Sinn zu reden. Dann habe ich für... Lina, bitte! Hör auf jetzt! Ja, lass mich kurz erzählen. Bitte! Dann habe ich Kräuter-Quark dreimal geholt. Die waren für 45 Cent oder so. Das geht auch viel schneller, als wenn ich den Joghurt mit Knoblauch und zuzubereiten muss. Also das mit dem Kräuter-Quark schmeckt super gut. Auch der hat sie das letztes Mal, wo wir Kumpel gemacht haben, gekauft. Und das hat sehr gut geschmeckt. Dann habe ich für Lina diese Fruchtriegel gekauft ohne Zucker. Ich weiß nicht, sie hat die eine Zeit lang gar nicht gegessen. Aber dann hat sie gestern welche bei den DM gekauft und da hat sie welche gegessen. Voll komisch. Und dann habe ich so ein Startfeuerzeug mitgenommen für unsere neue Kerze. Dann waren Brombeeren im Angebot. Da habe ich jetzt zweimal eine Packung, also die waren für 9,90 Cent, runtergesetzt. Und zuletzt Mozzarella. Zweimal. Wir nehmen hier Mozzarella. Also ich. Mit dem Warten. Oh, oh. Ja, Lina. Das war es auch. Also Pela habe ich nicht gekauft, weil Süßigkeiten haben wir zu Hause. Und ich denke nicht, dass sie nach dem Fastenbuch noch Platz für Süßigkeiten haben. Ehrlich gesagt. Das hat hier fast keiner. Deswegen. Ah, ah. Nein. Ich habe dir welche in der Teller getan. Tabane geht's nicht? Tabane geht's nicht? Dann gucke ich mal, ob du noch welche hast oder nicht mehr. So, ihr Lieben. Bevor ich das jetzt vergesse. Ich wollte einmal die Nadia und einmal die Vanessa grüßen. Und ja. Ich grüße euch ganz recht herzlich. Und muah. So, ich muss auch noch das Paket, das Tauschpaket abschicken. Das liegt hier. Ich habe das heute voll vergessen, weil wir halt im Krankenhaus waren. Mal schauen. Hey, hoffentlich mache ich das morgen. Morgen kriegen wir Besuch. Und sonst Samstag. Bei Samstag. Nee, Samstag geht's schlecht. Doch, doch. Samstag mache ich das. Morgen schläft Hakan bei uns. Ihr merkt bestimmt, Hakan schläft immer bei uns. Also, Hakan schläft nur bei uns, wenn Mama irgendwas hat oder irgendwo isst. Und ich finde es einfach scheiße, ehrlich gesagt. Wenn ich mal... Fulkan bei uns schläft, also mein kleiner Bruder. Und Hakan dann nicht bei uns schläft. Deswegen hat es ihm letzte Woche gesagt, dass wenn sie zum Fasten kommen, dass er bei uns schläft. Und Samstag gehen wir eh zu Mama, weil auch der ja lange arbeiten muss. Also spät arbeiten muss, besser gesagt. Deswegen dachten wir uns dann sollen... Dann gehen wir einfach zu Mama schlafen da. Sonntag holt uns auch der ab. Nächste Woche gehen wir sehr wahrscheinlich schwimmen. Diese Woche traue ich mich noch nicht. Ich will noch wenigstens ein Kilo oder ein paar Zentimeter an meinem Bauch verlieren. Ich traue mich noch nicht. Ich fühle mich noch nicht in meiner Haut wohl, sodass ich sagen kann, komm, lass uns schwimmen gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich will mich schon wohlfühlen. Und ich kann ja auch nicht schwimmen. Ich sitze dann nur da und beobachte die beiden. Also Lina und Aude. Wir waren ja schon mal schwimmen letztes Jahr. Und Lina macht es sehr Spaß. Ich muss mal schauen, ob ich nochmal so einen Halsring für Lina finde. Damit hat sie sehr gut geschwommen. Ne, Lina, ich... Warte, ich frage mal, Babi, wie das heißt. Dann bestellen wir noch eins davon für dich. Jetzt gleich. So. Hier sind sie schon hier auch so weit. Es geht sauber. Das Wetter ist am Sonntag sehr schön. Wir haben 29 Grad in Köln. Und dann mal schauen. Oder sonst werden sie wahrscheinlich wieder einen Ausgang haben. Aber ich will diesmal nicht ins Bootletti. Also wir machen immer das selbe. Ein Video haben wir auch schon vorgedreht. für nicht diese Woche Sonntag, für nächste Woche Sonntag. Deswegen geht es eigentlich klar, wenn wir woanders hin gehen würden. Annen. Mal schauen. Annen. Annen. So Leute, ich will euch jetzt wieder nicht viel klappern. Ich nehme euch einfach im Laufe des Tages mit. Und räume hier ein bisschen auf. Ich lasse gerade Wasser ein. Lena und ich gehen jetzt einmal baden. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe gewaltt, wie man sieht. Ich muss nur meine Haare kämmen. Ich muss jetzt die Spielzeuge von Lena aufhauen. Wir sind jetzt trocken. Und dann muss ich die Küche aufbauen. Und dann gehe ich schlafen. Ich bin platt. Wir hatten wieder Lien mit Lena ein bisschen Streit. Ihr wisst ja, Lena beißt mich. Die Zeit meiste. Und so langsam muss ich das Läubigstoch durchziehen. Abzustellen. Mal schauen. Ich will sie halt nicht dazu zwingen. Aber es geht nicht, dass sie mich beißt. Das geht nicht mehr. Und ja. Ich meine, das tut ja auch weh. Das tut hellig weh. So. Ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ja, morgen seht ihr dann, wie ich alles vorbereite, weil die Mama kommt. Und dann muss ich morgen nach Düsseldorf. Düsseldorf, ne? Ja, Düsseldorf war das. Und ja. Eigentlich hat er frei, aber dann muss ich in Düsseldorf ein paar Sachen erledigen. Und dann ist er gegen 16, 17 Uhr zu Hause. Also so lange muss ich alles alleine machen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich fange jetzt schon mal an mit dem Bad. Und dann kommt der Rest morgen. Bis morgen. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017